Vogelsand ist der Name zweier benachbarter Sandbänke in der Elbmündung. Die bekanntere dieser Untiefen ist der große Vogelsand, der nördlich des Hauptfahrwassers der Außenelbe liegt. Ihm gegenüber befindet sich südlich des Elbfahrwassers der kleine Vogelsand mit der unbewohnten Insel Scharhörn. Auf der ursprünglich mit schwimmenden Leuchtfeuern gesicherten Untiefe stand etwas nördlich der ehemaligen Position der Elbe II von 1973 bis 2008 der Leuchtturm großer Vogelsand, der 1999 als Feuerträger, 2004 als Nebelschallsignalträger außer Betrieb gesetzt wurde. Das Wasser- und Schifffahrt samt Cuxhaven ließ ihn zur Navigation-Spark rückbauen. Zunächst nahm ein Schwimmkran am 16. Dezember 2008 den Turmkopf ab. Nachdem ein Teil des verbliebenen Turmschaftes ebenfalls entfernt worden war, wurde im folgenden Sommer ein neuer kleinerer Batenkopf aufgesetzt. Die besondere Gefahr, die von dieser Untiefe ausgeht, besteht einerseits in den oft dort herrschenden Witterungsbedingungen und andererseits in dem besonders feinen Sand, genannt mal Sand, der aufgelaufene Schiffe festhält und zu deren Durchbrechen maßgeblich beiträgt, es liegen dort mehrere hundert bekannte und unbekannte Wracks. Das bekannteste Wrack ist der Frachter Ondo, der am 6. Dezember 1961 dort strandete und dessen Reste auch heute noch zu sehen sind. Der Frachter Fides strandete dort am 20. Januar 1962. Auch wegen der Gefahren, die vom großen Vogelsand ausgehen, ist Cuxhaven eine besonders wichtige Station der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die stets dort, besonders nach Aufgabe der Feuerschiffe, einen leistungsfähigen Seenotrettungskreuzer stationiert hat. Seit Oktober 1985 ist es die Hermann Helms. Zusammen mit der Hermann Marwede, dem bisher einzigen Schiff der 46 M-Klasse, die seit Juli 2003 auf der Sepposition in der deutschen Bucht vor der Insel Helgoland stationiert ist, sind sie es, die das Gebiet der Außenelbe und der südöstlichen Nordsee abdecken.